Hast du schon mal daran gezweifelt, ob es tatsächlich Außerirdische gibt? Oder bist du vielleicht mit Menschen umgeben, die sagen, hier, die Spirituellen, ihr habt ja alle einen Schuss, Außerirdische gibt es nicht. Nein, nein, nein. Dann kann ich dir sagen, stopp, halt, ich habe einige Beweise gesammelt, die das Gegenteil belegen, die also uns bestärken, die wir daran glauben, dass es Außerirdische gibt. Und darüber werde ich jetzt natürlich gerne berichten und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir beginnen mal bei den Lüranern oder Lürianern, man kann beides sagen. Und ich hatte ja schon einmal ein Video gemacht und da geht es darum, dass die Lüraner die ersten Wesen in Anführungsstrichen auf der Erde waren, dass sie praktisch die Erde als Siedlungsplanet gefunden haben, als besten, am besten geeigneten Siedlungsplanet für die Menschen und dort sich angesiedelt haben. Also unser allererster Ursprung stammt tatsächlich von den Lüranern oder Lüranern ab. Warum man das jetzt belegen kann, und das ist das Interessanteste, wie ich finde, es geht um die DNA und es wird auch heute in der Botschaft über die DNA gehen. Es wird auch noch mal heute eine große Heilung für die DNA erfolgen. Ja, warum ist die DNA jetzt ein Beweis? Also es wurden Tests durchgeführt, schon immer bei Menschen, um die DNA ja zu ergründen. Die DNA trägt ja unser Erbgut, unser alles, was wir haben, unsere ganzen Fähigkeiten. Und dann hat man in England und Irland bei einigen Menschen eine besondere Spezifikation gefunden, etwas Besonderes in der DNA, was sonst nirgendwo bei den anderen Menschen gefunden wurde, in den anderen Ländern. Und zwar gibt es das Y-Chromosom und das mitochondriale Chromosom. Das Y ist von den Männern und das stammt von den Urvätern, von den allerersten männlichen Wesen auf der Erde ab und das waren die Lürianer. Und das andere, das MT, ich kürze es mal ab, weil das kann man so schwierig, ich kann es jedenfalls so schwer aussprechen, das stammt von der Ur-Mutter ab, also auch der ersten weiblichen Person, des ersten weiblichen Wesens auf der Erde. Und ich kriege gerade überall Gänsehaut. Mich schauert es, also es stimmt, wenn so massiv die Engel einen das bestätigen, dann ist es ein wahrer Beweis, dass wir von den Außerirdischen sogar abstammen und dass sie teilweise auch noch unter uns sind. Also dieses Y-Chromosom und das MT-Chromosom, das ist etwas, was bei den Engländern und den Irländern gefunden wurde. Und zwar sagt man dazu Hablo-Gruppen. Und die Hablo-Gruppen sind tatsächlich, darüber kann man feststellen, wo ein Mensch herkommt. Also wenn ihr jetzt eure DNA analysieren lassen würdet, könnte man feststellen, eure Herkunft, eure, wirklich so diesen ganz langen Weg, aus welchem Land ursprünglich ihr herkommt und vielleicht auch, wenn ihr so ein Y-Chromosom hättet, wäre, dass euer Urvater ein Lurana wäre. Total spannend. Und für mich der größte Beweis, dass also tatsächlich diese Wesen existieren und dass, wenn sie zu uns sprechen, die Botschaften ja auch eine besonderes, starke Energie tragen und ein so großes Wissen, wir sprechen hier über Milliarden Jahre, ja, also über sechs Milliarden Jahre, das ist die Zeitrechnung der Plejada. Ja, und das ist ja schon, also wir sind schon mit 100 Jahren überfordert, ja, ist das eigentlich kaum zu erfassen mit unserem menschlichen Verstand. Und ja, man hat auch zum Beispiel in Afrika menschliche Fußabdrücke gefunden, die so groß waren wie ein Mensch oder so groß sind wie ein Mensch. Und das heißt ja auch, dass diese Wesen, die damals auf der Erde waren, eine ganz andere Körpergröße hatten, ist ja auch normal, weil das von den Sternen Wesen sind und die sind sowieso größer gebaut als wir. Also das wäre ja auch so ein Beweis. Und dieser Fußabdruck, den man da gefunden hatte, der ist 120 Millionen Jahre alt. Also schon sehr, sehr alt und danach haben sich die Menschen ja in ihrer Körpergröße verkleinert und sind jetzt so groß, wie wir jetzt eben sind. Ja, und dann ist auch noch ein Beweis, man sagt ja immer, die Delfine und Wale tragen das ein riesengroßes Wissen für uns Menschen. Und dieses Wissen stammt von den Plejadern. Die Plejadern haben also die Betreuung, die Delfine und Wale, insofern, dass sie das Wissen diesen Fischen übergeben haben, um uns Menschen zu unterstützen. Und zwar haben ja die Plejader auch eine sehr schwere Zeit durchgemacht und sie sorgen sich für uns, dass es uns nicht auch so geht. Und deswegen kommen sie also tatsächlich mit ihren Botschaften auch auf die Erde, um uns zu unterstützen, energetisch zu unterstützen, wo es geht. Das ist ein Anliegen und wir können das gar nicht so erfassen. Und es sind auch, man sagt, noch viel zu wenig von den Lichtarbeitern, die daran glauben oder anders gesagt, die sich jetzt diesen Botschaften öffnen und die annehmen. Denn es ist wichtig, diese Unterstützung, überlegt mal, welche große Weisheit da drin enthalten ist in so einer Botschaft von diesen Wesen, die ja schon so lange leben, so lange existieren und uns so toll, so richtig gut unterstützen können. Auch gibt es sehr, sehr viele gute Heilmethoden. Da kann ich jetzt nur mal an die Aktorianer denken. Die haben ja, sie sagen ja, sie studieren unser menschliches Leben. Sie sind deswegen auf der Erde, um uns eben genau zu studieren, um uns ganz intensiv kennenzulernen, jetzt in diesem Zeitalter wieder, um uns dann zu unterstützen. Ja, das ist eine ganz großartige Hilfe. Und von den Aktorianern haben wir auch sehr viele Heilmethoden schon bekommen, die schon lange existierten und die aber über die Aktorianer und auch über die Plejade auf die Erde gekommen sind zu uns, die wir dann nützen können. Und das sind einfach Dinge, die ein Mensch von alleine nicht wissen kann. Das ist etwas, das muss von außen kommen, das muss einem gesagt werden, weil nämlich diese Außerirdischen ja auch dazu da sind oder sich das zur Aufgabe gemacht zu haben, um uns zu lehren, zu lehren und zu führen. Das heißt, uns gerade jetzt in der aktuellen Zeit dahin durchzuhelfen, uns zu unterstützen und eben das, was wir gerade durchmachen, so, dass wir so durchmachen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Und deswegen freue ich mich auch so sehr auf diese Durchsage von den, ich weiß nicht, ich denke von den Luranern, die jetzt kommen wird, einfach weil da so viel Wissen, so viel Liebe und Unterstützung dabei ist. Auch wenn man weiß, dass die Luraner eigentlich früher ein sehr maskulin orientiertes Volk ist, dass sie so eher, also nicht so sehr gefühlvoll sind, wie wir jetzt sind. Aber das ist ja auch, wenn ihr diese Milliarden von Jahren mal anguckt, eine Entwicklung, die eben die menschlichen Wesen dann durchgemacht haben. Aber der Ursprung ist eben einfach große Kraft, große Kraft und die Fülle. Und das sollten wir nie vergessen und wissen natürlich, ganz großes Wissen, wie man am besten durch die vielen schwierigen Zeitzyklen durchkommen kann. Und deswegen sind auch die Lurianer zu mir gekommen. Und deswegen ist heute dieses Thema von dem Video für euch einfach, um euch die Augen zu öffnen, um euch sicher zu machen, ja, es gibt sie und ja, sie sind unter uns. Und manche von uns stammen von ihnen ab. Und das gibt mir so eine Freude, eine Riesenfreude. Und ich hatte ja gerade von den verschiedenen Heilmethoden gesprochen. Wir haben auch ein ganz großes Geschenk für euch. Und zwar gibt es für Kanalmitglieder eine Ausbildung zum Portal Tag Energieheiler. Das heißt also, für Kanalmitglieder ist diese Ausbildung kostenlos. Und wer gerne dabei sein möchte, es ist am 8. Mai, der kann noch schnell Kanalmitglied werden. Das wird dann dort auch immer zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann es so oft wiederholen, wie man möchte. Das ist unser Geschenk für die Kanalmitglieder. Und ich habe auch schon auf Telegram darüber berichtet, sodass man dort auch nochmal nachlesen könnte und sich austauschen kann. Also, das ist ein besonderes Geschenk. Ja, und ich nehme stark an, oder ich darf es ja eigentlich auch verraten, es ist ja kein Geheimnis, es soll kein Geheimnis sein. Es ist durch die Unterstützung der Außerirdischen unterstanden, denn die Portal Tage sind ja eine Möglichkeit, noch intensiver in Kontakt zu kommen. Und das nutzen wir in diesem Webinar für euch, in dieser Schulung, damit ganz viele Menschen, so viel wie möglich Menschen davon profitieren können und sich dadurch Wissen aneignen, Heilmethoden aneignen, die für alle gut sind. Also ein ganz tolles Geschenk, so wie ich finde. Danke, ihr lieben außerirdischen Wesen, dass ihr uns so richtig gut und toll begleitet. Die Lurianer sind, wenn man die so ein bisschen betrachtet, auch hellhäutiger als wir, also noch heller. Deswegen ist es so, wenn man tatsächlich mal einen sieht, ja schon erst mal, oh Gott, und er ist ja auch groß, dennoch viel größer als wir. Deswegen zeigen sie sich jetzt nicht unbedingt so sehr, um die Menschen nicht zu erschrecken, aber mit ihrer Energie sind sie da. Mit ihrer Energie unterstützen sie uns. Und jetzt werden wir gleich wieder eine ganz wundervolle Botschaft hören. Ich freue mich richtig sehr darauf und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß und Freude dabei. Und ja, sie werden wohl unsere DNA ausdehnen und vielleicht da noch besondere Energien einfließen lassen. Das werden sie uns aber gleich sagen. Ich sprühe mich schon mal ein mit der 999. So, und mit der Fülle. Der Fülle. Ja, und mit meinem Ursprungslicht soll ich auch. Und das schicke ich euch jetzt wieder rüber, so dass ihr auch von dieser Energie profitieren könnt. Und jetzt stimme ich mich langsam ein. Ich bitte um die Energie des Schutzes. Und ich bitte um die Reinigung meines Kanals. Und ich bitte auch um Schutz für jeden Einzelnen, welcher gerade zuhört. Einströmt das helle Licht von Lyra. Einströmt das Wissen und die Kraft von Lyra. Lieber Mensch, es spricht Aran zu dir. Ich wurde auserwählt, um die Botschaft der Lyraner zu übertragen. Und so manifestiere ich meine Energie, sodass du mich fühlen kannst. Ich bin sehr vorsichtig, denn ich achte deine Energie und dein Licht. Sehr großes Wissen haben wir für euch. Sehr viel Liebe und sehr viel Heilung haben wir für euch. Und es steht in deinem eigenen freien Willen, diese Geschenke anzunehmen oder sie nicht anzunehmen. Wir stellen dir voller Hingabe heute Energien zur Verfügung, welche deine DNA heilen werden. Die DNA ist das, was dich ausmacht. Die DNA trägt dein ganzes Erbgut und deine Herkunft. Sehr viel Wissen und all deine Fähigkeiten sind dort gespeichert. Und so hat sich im Laufe der Zeit deine DNA leider zurückgebildet. Aus diesem Grunde darf ich heute Heilung für dich übergeben. Und wenn du es erlaubst, lieber Mensch, dann wird nun heilende, regenerierende Energie in deine DNA einfließen. Wenn du es erlaubst, mit einem innerlichen Ja, welches du jetzt aussprichst, dann darf ich für dich wirken. und so führe ich dein Energiefeld deiner Seele an die Stelle auf der Erde, wo du zum ersten Mal über deine Ahnen inkarniert bist. Dies ist ein sehr langer Weg und ist mit menschlichen Gedanken, mit dem Verstand nicht zu verstehen. Und so lass es geschehen, dass wir dein Energiefeld, deine DNA sanft und behutsam tragen an die Stelle, wo du selbst das erste Mal über deinen Urvater, über deine Urmutter inkarniert hast. Es geschieht über die Linien der Zeit und es geschieht voller Behutsamkeit und mit dem größten Schutz. Und jetzt wird dir das übertragen, was deiner DNA fehlt, was du verloren hast. Die Energie deines Urvaters und deiner Urmutter fließt nun zu dir. Wir halten die Energie für dich. Wir schützen dich, sodass alles zum allergrößten Wohle geschieht, so wie es gut und richtig für dich ist. Wohle geschieht, es ist ein Bad der Heilung für deine DNA und die Energien strömen so zu dir, wie es gut und richtig ist. es ist ein Beginn für eine große Heilung und du bist eingeladen, so oft wie du möchtest, mit unserer Hilfe diese Heilung zu bekommen. wir stehen dir zur Verfügung mit unserer Liebe und unserer Kraft. Je besser deine DNA entwickelt ist, umso mehr wirst du verstehen, umso größer wird dein Bewusstsein werden und dein Wissen wird sich ausbreiten. großes Wachstum für deine persönliche Entwicklung steht dir bevor und die Kraft, dass du durch diese aktuelle Zeit sehr gut hindurchkommst, wird dir gegeben. sie wird neu aktiviert, denn sie liegt in dir. Sie liegt in deinem Urvater und deiner Urmutter und sie übergeben dir jetzt wieder diese große Kraft zu bestehen, sich weiterzuentwickeln und sie erinnern dich auch daran, dass du das Liebesband zu der göttlichen Schöpferkraft trägst, durch die alles erst möglich ist und so stärken wir jetzt das Liebesband zu deinem Schöpfer. Dehne dein Herz aus, richte dich aus und erkenne, dass du ein Teil von Gottes Liebe bist und dass diese Liebe der Ursprung von allem ist. Und so darf ganz viel Heilung geschehen. vielleicht fühlst du dieses neue Gefühl, dieses wissende Gefühl, dass du niemals alleine bist, dass wir immer immer da sind und du unsere Hilfe immer in Anspruch nehmen kannst. Und so kommen die Energien sehr gut in deiner Seele und in deiner DNA an. wir verankern wir verankern jetzt all dies, was gerade geschehen durfte für dich, so dass du, wenn du das nächste Mal wiederkommst, ab dem Moment beginnst, mit dem du heute geendet hast, eine stetige eine stetige Ausdehnung deiner DNA, eine große Regeneration hat stattgefunden. Und so tragen wir deine Seele und dein Energiefeld wieder in das Hier und Jetzt zurück, zurück über die Linien der Zeit, geschützt von dem Licht und von Gottes Liebe. Du bist nun ganz wieder in deinem Hier und Jetzt und ich, Aran, verabschiede mich voller Liebe und Achtung, Achtsamkeit, mit der Würde und dem Lächeln eines Lüraners. Und ich, Nirjana, schließe meinen Kanal. Ich bedanke mich so sehr für diese wundervolle Botschaft und Heilung. Na, seid ihr wieder da? Das war toll, ein so schöner Ausflug, ein so großes Feld und der Urvater und die Urmutter, recht tolle Verbindung. Ich bin gespannt, was ihr dazu schreibt. Und ihr habt es ja gehört, ihr dürft wiederkommen. Das ist wundervoll. Ich danke so sehr den Lüranern, den Lürianern, dass dieser Kontakt hergestellt wurde und ich euch Botschaften überbringen darf. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Eine Umarmung. Eine Umarmung. zweiten Gemär 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017